Heyo, Freunde der gepflegten Unterhaltung! POKAMULA! Nach langer Zeit verheiß ich euch zurück. Willkommen hier, das war kein Deutsch, aber das ist egal. Bei WoaSier auf jeden Fall. Ich hab Angst und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Es ist lange her. Es ist mittlerweile schon, seit Ewigkeiten 2013. Ja, hallo, Freunde. Und die Winterpause ist vorbei. Das ist in Richtung Frosty Pines, wa? Ich hatte zwei Leute neben mir. Ja, das sind wir. Ja, und wo ist denn Ocke hin? Ich bin relativ nahe von dem Sendemast. Ich bin links, etwas weiter links von der unteren Eins auf der Einsstraße. Stimmt, ich könnte mal sagen, dass wir Ella, Mandy, Ocke und Max dabei haben. Ja, schönen guten Abend. Heute besonders viele, weil wir haben alle Lust. Ja. So, ich gehe jetzt in Richtung, ne? Habt ihr gehört? Wo treffen wir uns denn jetzt? Um Sendenturm, wir laufen jetzt. Warte mal kurz, ich mach mal, ich mach mal kurz hier bei mir im Zimmer Licht aus, weil das ist echt scheiße. Das ist festes Bisschen der Regen. Okay, du bist da vorne, ne? Ja, ich bin hier vorne. Ich möchte das nicht auf die Aufnahme lassen, ich mach mal die Tür zu. Ich hab ganz vergessen, dass das ganz schön rumst am Headset. Wehe euch. Hüfte mal, bitte. Ja, okay, sonst hätte ich dich jetzt um... So. Ich bin nämlich tatsächlich erwaffnet. Ich hab gar nichts. Ich hab 17 Schuss AK-74M in meiner Hand. Ich hab in der Zwischenzeit auch gar nicht gespielt. Schon meine Waffe, die hätte ich gefunden, ne? Nee, die hätte ich, glaub ich, wirklich viel gefunden. Du wirst so drauf gegangen. Wer ist denn, wer, wer ist? Also, Leute, haben wir einen Plan? Oh, ein Santa-Sack. Was soll ich denn jetzt hin? Sag mir doch bitte, wo ich hin muss. Ich bin ganz alleine, in dunklen Wald. Frosty, Frosty, wir gehen jetzt Richtung Frosty. Gehen wir durch. Frosty Pines, ich... Wir gehen voll in Frosty rein. Ups. Ich bin gleich bei der Eins. Bei der Eins bin ich. Den musst du denn, sag wieder. Ich bin ein bisschen schnupfig, muss ich sagen. Habt ihr mich gehört, ich bin gleich bei der Eins. Hab ich wohl gehört. Ich hab das wohl gehört, ja, ja. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich getötet werde. Hast du schon mal dein Schwert geschwungen? Alter, das dampft ja dabei. Also, das soll sich vom Kampferhalten scheinen wie so ein Baseballschläger, ne? Holy Bender Snatch, das schlägt ganz schön schnell, ey. Alter, ein Schwert. Holla die Waldfee. Ja, das Schwert hat man bekommen, dadurch, dass man... Das war so eine Art Entschuldigung dafür, dass die Server von War Z... Down waren. Dafür haben wir es jetzt auch nicht, sorry. Dabei hab ich gar nicht gemacht. Das war, das war, ist einfach eine Entschuldigung dafür, dass das Spiel scheiße ist. Alter, die verschwinden uns dann eh wieder, wenn ich sterbe. Ja, wie? Jetzt mal ernsthaft. Weißt du, du hast doch gar nicht gesehen, wie grün es hier eigentlich ist, ne? Nee, ich hab, ich hab noch gar nicht... In der Seite der letzten Aufnahme hab ich noch gar nichts gesehen. Da hinten sehe ich aber einen Typen. Oder der auf mich zuläuft. Ja, da hinten läuft einer. Ich bin ich das zugegangen. Hast du eine Waffe gehabt? Ich hab keine Waffen. Ich hab eine AK-Fan, ich bin ich hier immer noch. Ich springe, ich springe. Ich springe, ich springe die ganze Zeit. Er springe nicht, soll ich schießen? Ja, er schieß ihn, schieß ihn ab. Er lebt noch. Er schieß weiter. Ich hab euch kein bisschen gehört. Er ist down. Hammergeil, ey. Nichts, okay. Nichts. Wunderbar. Wo muss ich denn lang? Ach, das ist auch ein bisschen gemein so. Verpasst die ganze Action. Also er hatte das mal Backpack, aber den Knarre hatte er dabei. Das ist relativ weltweit im Zwischen. Ihr habt mir noch keinmal gesagt, wo ihr seid. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Frosty, Frosty Pine, haben wir doch gesagt. Ja, und dann sagt die, ja, lass mal zu Frosty Pine gehen. Wissen Sie denn Zeug? Ich bin jetzt gleich auf der letzten Kurve vor Frosty Pines bei der 1. Habt ihr die Sachen eingesackt? Nö. Nö. Hier ist nix. Hier ist einfach nix. Ich glaub, die Folge wird No Communication heißen. Aber nee, der ist ungenutzt und ungefallen. Weil ich hier einfach im Dunkeln stillgelassen werde. Ja, lass doch mal kurz uns hier um Auslösung. Wir haben hier gerade nicht ungenutzt. Ich hab grad Panik. Lauf doch einfach Richtung Frosty Pine. Verdammte Kacke. Holy Bender Snatch, ich hab hier Panik, ey. Der hat auf jeden Fall nichts fallen gelassen, aber er war tot. Aber da war ein Typ mit der Knarre. Ja, wundervoll. Wo bist du denn, Holy Bender Snatch, Max? Ich bin jetzt, wie gesagt, an der letzten Biegung vor Frosty Pines bei der 1. Ja, dann lauf... Na, dann geh zur 1. Da sind wir grad. Und dann geh zur Frosty Pines weiter. Verdammte Kacke, ey. Wir gehen natürlich in Frosty Pines rein. Also ich geh jetzt einfach die 1 runter. Der 1 links hin. Wir sind genau bei der 1. Wieso muss ich denn vorlaufen? Ich bin irgendwie voll durch die 1. Genau vor Frosty Pines, okay. Das ist doch mal eine Ortsangabe, die ich hier verfolgen kann. Da fanden die Knopfler mitgegen dabei. Hat jemand... Also ich hab nichts, ja, also bitte sag nicht Mandy. Oiski poiski, Herr Kapitän. Den kaputt, weil das kann ich nicht. Dafür haben wir Ocke. Er hat gerade gezeigt, wie gut er schießen kann. Wie viel Schuss hatten wir Ocke? Er hat voll viel Schuss gebraucht. 25 hab ich noch. Das war mega geil, aber der Typ war ein bisschen Cheater oder so. Ich glaub, der hat dann nichts. Ich glaub, Ocke hat an. Der hatte auf jeden Fall eine Waffe in der Hand. Der war bestimmt leer. Also auch könnte ich, wir hatten mal oben einen Morgen, da lag einer unter der Veranda. Der hatte zwei Waffen dabei und die sind beide so in der Wand gespawnt, das war auch irgendwie ein Cheater, dass wir die nicht aufnehmen konnten. Ja, kann sein, dass das Zeug in den Baum gerutscht ist. Ja. Warum war da ein Cheater? Weil... Er lag unter der Veranda. Ich glaub, das ist gar nicht so eine Routine, dass ich gerade neben der Straße langgehe, oder? Wir gehen auch gleich neben der Straße lang. Guck mal, ob ich dich sehe. Ich hab ein Fernglas, aber ich seh dich. Ihr könntet, ihr könntet warten. Na hin, so läuft jemand, soll ich ihn umnutzen? Bitte nicht. Ich hab jetzt den Alex ja noch nicht gesehen. Ach, ganz weh. Man soll jetzt keinen Fallschaden mehr bekommen, hab ich gehört. Stimmt das? Also gar nichts mehr, man kann überall runterspringen. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich so ist. Weiß ich nicht, du hast am meisten gespielt. Ich hab jetzt keinen Fallschaden gehabt, aber ich bin auch nirgendwo runtergejumpt. Ich hab's nie ausprobiert. Müsste man noch ein bisschen... Seid ihr immer noch genau links neben der Eins? Yes. An dem See? An dem See? Ja, ich steh direkt neben einem Baum und duck nicht. Ja, das war eine gute Idee. Wie spätet ihr das denn mit einer Karte? Das sieht man nicht richtig gut, so wie er es. 3,57. Ich hab einen roten Sack an, also ich sollte eigentlich... Sieht man das eigentlich? Ja, im Dunkeln ist es rot immer schwarz. Ja, im Dunkeln hab ich mich gestöhnt. Entschuldigung. Was? Im Dunkeln ist rot immer schwarz. Nachts sind alle Katzen grau. Lehrstunde mit... Michael. Michael? Michael. Hammergeil, ey. Moin, Michael. Warum nennst du mich dann Max? Auf die Schnelle kein... Kein besserer Name eingenehm. Kinderquatsch mit Michael. Kinderquatsch mit Michael. Ich dachte, mit Thomas. Mit Thomas, muss ich sagen. Oder mit Walter. Mit Walter. Walter. Alter, Walter, ey. Oiski poiski, Herr Kapitän. Das ist ein Name. Tun wir jetzt was, wir laufen hier irgendwie an der Stelle nur hin und her. Ja, weil ich ja komme, weil ich gleich sofort da bin und euch alle abknallen können. Du kannst übrigens auch sprinten, Max. Das ist ganz schön, was du da an sich. Ja, aber das verbraucht so viel Hunger. Nein, du das nicht. Nicht mehr? Naja, nein, nein. Egal. Ja, ja. Ein Schrenn. Alter, ein Schrenn? Wie, Schrenn? Wieso denn nicht mehr? Wieso machen die das? Es verbraucht halt immer noch, aber nicht mehr so krass. Achso, na, ich bleib wieder stehen. Ich möchte mal gerne darauf hinweisen, dass ich den Typen da gerade gesehen habe, den wir abgeknallt haben. Das heißt, ich bin ganz schön guter, ganz schön Pro-Spieler, würde ich mal so sagen. Ich habe ihn umgenatzt. Ja, weil ich nichts sehe. Ich glaube, ich sehe euch da hinten. Ihr seid zu zweit? Ne, zu zweit seid ihr. Ihr lauft da gerade hin und her neben dem Baum, oder? Ja. Wir sind hier sonst komplett. Und jetzt springt da einer gerade? Ja, ich weiß. Ich bin auch gespannt. Komm, ich renne sogar. Wo kommst du? Go, go, go. Seeseite oder? Ich bin direkt am See gerade. Ich sehe ihn ehrlich gesagt noch nicht. Linken, zu meiner Linken ist der See. Soll ich mal die schönen Messergeräusche an Ocke demonstrieren? Soll ich mal die schönen M16-Geräusche an Ella demonstrieren? Soll ich euch mal auflauern, weil ihr mich noch nicht seht? Bist du eine Tanne? Bist du bewaffnet, Max? Ich bin, ich bin Hardcore-bewaffnet. Hardcore. Ich habe eine AK und ich habe eine Pistole und ich habe einen Waki-Sashi. Waki-Sashi, Waki-Sashi. Ich habe nichts. Ich habe null. Ich habe ja nichts. Ich habe einen Yokoto-Katana. Und jeder, der... Und jeder, der mich dann sieht, der denkt dann nur einfach Holy Bandersnatch und dann ist er auch schon tot. Also einmal für alle anderen, wir haben heute den Elften. Ich glaube den Elften, also die aktuellsten Patches sind uns einfach draußen. Er wackelt uns was entgegen. Jo, ich bin jetzt gleich an der Straße. Ich spring mal. Lass doch alle mal reden. Ich bin gespannt, was sie uns zu sagen hatten. Richtig. Also Dr. hat ja heute schon mitgeteilt, dass Waffen derzeit ganz, ganz selten hier in diesem Spiel sind. Ach, noch seltener? Noch seltener als selten. Ja, aber was ist mit den ganzen Cheatern? Die haben doch Waffen. Gibt's ja nicht mehr. Die sind ja jetzt... Deswegen sind die Server ja auch so leer. Weil die ganzen Hacker ja verbannt worden sind. Ja, glaube ich kaum. Das ist aber tatsächlich... Ja, es ist wirklich witzig, dass ich Luft schneiden kann mit meinem Schwert. Nein. Also es ist tatsächlich so. Ich habe ja diese Woche dann doch ein bisschen gespielt. Ab und zu mal gestorben. Aber es waren tatsächlich normale Tode. Und ich kann durchaus bestätigen, dass es deutlich weniger an Hackern geworden sind. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen inzwischen langweilig geworden. Aber mal schauen. Das hat sie doch gut dokumentiert. Wahrscheinlich sterben wir heute durch Hacker. Ich erwarte nichts anderes. Ich erwarte mal eine nichtande Gestalt. Super sehr wahrscheinlich. Stimmt, Tobi braucht wieder einen Sniper, damit er alle von hinten abknallen kann. Ja, ja. Halt es. Immer aufpassen, dass er mich nicht überholt. Ich muss immer zwischen euch sein, weil ich nichts habe. Ähm, Mandy, ich würde dir gerne den Baseballsteher geben, damit du zumindest irgendwas hast. Ich würde gerne ein wenig Zombies mit dem Schwert mehr zählen, wenn ich nicht bin. Pssst, sei doch mal leise. Ich habe schon die ersten, ersten krepelt. Danke Ihnen. Dann hast du zumindest irgendetwas, falls jemand... Ich töte ihn. Ja, wieso denn du? Ah, Mensch, doch auch mal. Lassen sich Zombies immer noch so einfach töten? Yes, Sir. Aber es sind viele hier. Nein, es ist nämlich aber. Da hinten krepeln noch welche. Tonnenweise. Da kommen zwei Stück. Es sind wirklich viele Zombies geworden. Nimmst du den linken, Tui? Ich nehm gar keinen. Ich nehm den linken. Ich nehm den hinteren. Ich nehm den hinteren. Ja, denn jetzt habe ich schon wieder keinen. Oh, Mann. Ey, nicht zu zweit. Da habe ich Angst, dass wir uns hauen. Achso, okay. Jetzt sehe ich den roten Sack, ey. Das Katana macht Staub oder sowas. Das sieht sehr eigenartig aus. Warum macht Tobis Schwert keinen Staub? Ich muss das nicht genau. Ich muss das Kleine haben und er hat das Große. Eine macht Staub, das sieht komisch aus. Kleines halt, das OP-Wind-Zerschneide-Schwert. Aha. Achso, das sind die Reste vom Wind, die da zerschneiden. Ja, richtig. So, hier ist schon mal eine große Tonne. Moleküle, die da spalten werden. Weiß ja nicht. Ich habe heute nur eine. Vorsicht von den Blöden. Nimm ihn. Go. Achtet bitte darauf, wo die anderen sind. Damit wir uns nicht selbst erschießen. Ich habe zum Glück keine Schüsse. Ich war immer bei Max. Bei Herr Mustermann. Nee, wo alle sind. Oh, hier ist ein Oatmeal. Hat jemand einen Hut auf? Max, du bist du mit dem Hut? Ich habe eine Maske auf, habe ich. Ich habe den Hut. Ich habe eine Standard-Maske auf. Du hast ja eine Schuhe aus seinem... Ach nee, das ist ja ein... Das ist ja ein Weihnachtssack, ist es ja. Das ist ein Weihnachtssack. Und der hat, äh, ich weiß gar nicht wie viele Slots. Wie viele? 32 oder 30 oder sowas? Das ist echt wenig. Und der ist getroppt, oder wie? Ja, vom Zombie. Den habe ich selbst erlegt. Ja, danach haben mich aber fünf andere Zombies erlegt. Das stimmt, leider. Also, wenn wir hier jetzt auch da liegen, da liegen wir nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, den wollte ich gerade klatschen. Ich bin da einmal reingelaufen, da liegen wirklich Massen. Also, lass uns lieber auch noch rumlaufen. Vorsicht, da steht gleich jemand auf. Ich würde lieber da nicht langlaufen, sondern hier geradeaus weiter, ehrlich gesagt. Wenn er stirbt, dann... Five XP, add ich. Ich halt, äh, ich, äh, dips auf die Waffe, die er fallen lässt, ne? Auf meine? Da sind nur noch 17 Schuss drin. Es ist Guild-Free, es gibt es ja noch nicht. Oh, da ist noch einer. Oh, da sind noch zwei. Ja, vielleicht soll es... Habt ihr auch mal... Habt ihr auch mal nach Mitspielern geguckt? Ja, ja, ich guck die ganze Zeit. Ich guck gerade meine, mit meinen Beanoffchen auf. Ja, das ist... Es ist ein Elf insgesamt. Da habe ich aber jemanden den Kopf abgeschlagen. Ja, das ist so. Ey, jetzt lass mal die Zombies bitte in Ruhe. Oh, ja, nicht die. Du hältst die Gruppe auf, mein Freund. Du hältst die Gruppe auf. Ja, ich hatte halt dieses Bedürfnis, was ich bei Borderlands schon hatte, alles mit meinem leuchtenden Schwert, das Luft zerschneidet, mut zu machen. Ist klar. Ey, das leuchtete wirklich bei Borderlands 2. Du hast aber nicht von deinem Penis geredet, oder? Wenn der leuchten würde, ne? Boah. Ich habe aber nur gelacht, weil Tobi Penis gesagt hatte. Ich darf nur so. Tobi hat Penis gesagt. Ja, du hast Penis gesagt. Nee. Hier ist ein Helm. Ich habe einen Helm gefunden. Boah. Dann habe ich auch einen Helm auf, ne? Ich habe keinen Helm auf. Tobi hat der einen Hut auf. Leider nur Ken auch so da mitgenommen. Ich habe gar kein Wasser mitgenommen. Benni hättest auch einen Helm. Ich bin der Snatch. Ich zieh mal kurz ein Helm. So. Ich bin hinter dir. Keine Angst. Wie viele sind das eigentlich? Fünf? Ich bin hinter euch. Ja. Ich habe mich behelmt. Fünf Leute trampeln hier gerade durch diese Polizeistation. Wir sind zufrieden. Ey, ey. Da draußen ist eine Zombe. Ja, den könnt ihr vielleicht mal schnitzeln. Ich habe keine Mark am Waffen. Oh, zwei Schläge, ey. Geld. Geld. Bleiben wir zusammen oder Ström? Ja, zusammen. Na klar. Gehen wir hier hinten rum? Ich mag nicht die Hände. Ich mag die Hauptstraße doch nicht so kennen. Oh, hat sich schon gelohnt. Ein Liter Wasser. Habe ich auch schon bekommen heute. Also es ist immer nicht die Hauptstraße, hast du gesagt? Na doch, meinetwegen. Hast du schon immer etwas Lustiges gefunden? Ja, hast du. Vandage. Oh. Irgendwie machen die Zombe das so, dass irgendwie nicht so eine Bedrohung hier aussehen, wenn wir so viele sind. Ja, wenn wir so viele sind nicht. Aber wenn du allein bist, ist das schon nicht so ganz ohne. Ja, stimmt. Kann ich mir vorstellen. Selbst zur Zeit, wenn man mal draufgehen. Meine. Da habe ich aber was.